So, Freunde und alle, die Hände da oben am Wort, die Patsche, Händchen nach oben, die Füße da oben, Achtung, habt ihr nicht, ja ganz was vergessen, Mutti, passt auf, da kommt da oben. Jetzt gucken wir doch alle mal dahinten, links in die Ecke, da oben, ganz weit dahinten, links, seht ihr das? Auch Mensch Mutti, du kompletterst dich ja gar nicht, guckt doch mal schnell da oben, dahinten, links, seht ihr das? Geht zu einem schwarzen Pferdkabelchen spitzen dahinten, wisst ihr was das ist? Das ist der Kölner DOR, KULTUR-Reise und die Kölner über Beachjumper, nehmt, jetzt geht's ja aus, haben wir ja noch eine Zugabe, na klar, sicher, sicher, dann geht doch was, dann geht mich da in der Ecke wieder. Jollalale, 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 J Spieler! Nachbauer! Nachbauer! So Freunde und alle nochmal die Hände nach oben, die Hände nach oben, die Füße nach vorne und jetzt gucken wir alle mal rechts in die Ecke. Guck mal Mutti, da rechts dahinten, ganz weit dahinten, rechts in die Ecke. Och Mensch, die bollige Dame hier vorne, die guckt ja gar nicht. Guck mal dahinten, rechts in die Ecke, seht ihr das? Das schwarze Lange dahinten. Wisst ihr, was das ist? Das ist die chemische Mauer. Ja Freunde, wir kann man nicht mehr helfen. Das liegt eine Luft hier bei euch. Frank, das ist die Wald. Wollt ihr das Becherspiel? Dann gebt mir jetzt ein Tanzzeichen. Und dann kommt die Becher zu euch an Bord. Gehse bitte jetzt mit dem Mund festen. Und gegen die Chance auf eine Freie von uns. In der Fahrt gucken wir her von euch das meiste Wasser noch im Becher an. Mit Wasser. Und ihr bekommt die Freie Fahrt. Auf. 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 Ja, das ist gut. Aber Freunde, wir haben ja fast gar keine Gewinner. Fertig noch mal. Marker Mal 6 hat es gemacht. Marker Mal 6, die von der Herrschaften gibt es einfach. Ich habe es auch ein Zappen mit. Ja. Ich habe es auch ein Zappen mit. Ja, war die.